... am höchsten Niveau zu müssen. Jetzt kann ihn niemand da einholen, der ab einem neuen Tor reistet. Das war ein spektakulärer Sieg und damit ist die Meisterschaft entschieden. Es war eine phänomenale Saison und den Applaus vom Publikum haben sie sich eindeutig. Stefan Römer, was denkst du, wie sie dieses Resultat erzielen konnten? Der Zustand der Reifen hat bei diesem Ergebnis eine zentrale Rolle gespielt. Wie immer geht es nicht nur darum, schnell zu sein, man muss diese Geschwindigkeit auch während eines Stints und über die ganze Rennendestanz halten können. Man muss also schnelle Rundenzeiten fahren, sachte steuern und die Reifen schonen. Diese Dinge haben das Rennen heute entschieden.